Moin, willkommen zu einem weiteren Team Ranked wieder mit den YouTube Allstars. Ihr habt die Möglichkeit auf unsere Porträts zu klicken und das Spiel aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und heute stellt sich der Owned by Kev zuerst vor. Ja Leute, also ich bin der Owned by Kev vom Kanal Gotti25 und ich spiele heute die TPA Oriana in der Mitte. Ja, ich bin der Peric, ich spiele heute Evelyn im Jungle und mein Kanal ist Gurk4Life. Ich bin der Fabi von Smoking81 und ich spiele Mafai auf der Top 8. Ich bin der AIM von AIM StarCraft und ich spiele, wie schon im letzten Spiel, Blue Ezreal auf der Botlane. Genau, heute können wir uns vielleicht ein bisschen mehr entfalten. Das letzte Spiel war halt sehr eintönig. Mal gucken, ob wir jetzt zerrissen werden. Wie fühlst du dich, beziehungsweise was hältst du von Chaco als gegnerischen Jungler? Was ist da das Problem? Keine Ahnung, ich muss sagen, ich behalte jetzt auch nicht viel von Chaco. Oder meinst du jetzt AIM? Hat aber eine gute Winrate zur Zeit, ne? Ja, und ich hasse ihn wie die Pest. Es ist wirklich toll. Chaco und Chaco sind beide so sneaky Jungler. Eve ist halt das Geile, du kannst halt echt nicht warden. Du musst halt echt schon Pinks kaufen, damit du da ziemlich abgesichert bist. Ich würde auch versuchen, dass ich da so ein bisschen seine ein bisschen kaputt mache. Das Einzige, wo ich halt wirklich Bedenken habe, ist halt Lissandra. Wenn die in der Mitte, oder was heißt ja nicht in der Mitte, sondern wenn die an sich dann in späteren Fights gut reagiert, dann wird es auf jeden Fall ein bisschen eklig. Oder ich hoffe, dass es nicht passiert. Ja, mit Oriana und Melfight ist er auf jeden Fall auch noch mal richtig tödlich. Wenn da mal eine gute Combo kommt. Ich versuche auch die Warts ein bisschen frontaler zu platzieren, dass du da vielleicht mit dem TP gut arbeiten kannst. Ich schub dann noch meine Ulti drüber und dann habe ich so ein Penta-Kill. Yeah. Die Misswatch hat noch keinen Peel, ne? Sie hat keinen einzigen, der irgendwie die, ja, uns von der Misswatch abhält. Na, das Exhaust-Armut, das finde ich mir irritierend, so weiß, aber... Ich würde mit einem Champ wie Blitzcrank gar nicht mit Ignite spielen. Also mit Trash finde ich das ganz okay, aber... Naja, der hat trotzdem ziemlich hohen Bürste damit, ne? Das ist aber auch ein bisschen zu doll, irgendwie, finde ich. Also man braucht echt nicht viermal Ignite, also da kann man lieber einen Exhaust mitnehmen. Egal, ob es jetzt der Lee Sin mitnimmt oder der Shaco. Aber viermal Ignite macht nicht wirklich viel Sinn, finde ich. Mal gucken. In der Fall wird es heiß. Holz-PC ist ja entweder am Start. Yeah, okay, okay. Ja, viermal Ignite kannst du halt gegen Mundo und Smeid oder irgendwas. So ein hässliches Heal für die Dings. Oh, das Kind ist cool. Wollen wir uns in irgendeiner Form vor einem Invade schützen und uns zusammenrotten? Ja, ich brauche vier. Das sollt'n Blue. Ich würde, ich würde gerne uns bei dem Blue irgendwo formieren. Ja, aber da kann natürlich auch sein, dass der Shaco bei meinem Red anfängt. Ja, da kann ich warten. Okay, ich warte mal hier so. Bruder, soll ich lieber hier warten? Musst du jetzt selber wissen. Weil der... Ja, ich warte mal lieber. Ja, da. Warte mal lieber da. Okay, weil da ist es wegen dem... Okay, die sind... Die haben ja viermal Gold, einmal Platin. Die haben zweimal Platin, einmal Gold, zweimal Silber. Also... Rechts ausgieglichen. Die Kugel sieht einfach nur übelst brutal aus bei dir. Ich weiß, wie sie kippen. Ich finde Oriana so gruselig, echt, ey. Boah. Sie ist so cool, ich finde diese Stimme. Ja, da bist du echt Albträume, ey. Ich liebe die Stimme, hoffe. Vor allem wenn du Porto geschickt hast. Hm. Referenz-Fans, ja, ja. Oh, nicht Werbung. Ziehen wir uns mit den Gronen uns entspannt durch? Ja. Ich werde euch beschützen. Nein, Plan wirklich kein Invade. Ich weiß, es gibt so ein Late Invade. Ja, kann natürlich auch sein. Ey, ich sehe schon. Da stehen sie wieder da drinnen. Jedes Mal, wenn ich den Bus da oben facechecke, nach den Wölfen sterbe ich jedes Mal. Jedes Mal. Komm, ich facechecke bitte? Ja. Ja, wenn ich das mache, werden sie auf einmal da, ne? Okay. Wenn es mich durchschaue, zwei, drei Hits tanken lassen. Ja, und ich versuche das manchmal, man kann den eigentlich ziemlich geil resetten. Der Golem ist oft ziemlich verwirrt, muss ich sagen. Mhm. Vielleicht haben wir wieder einen Lane Switch. Boah, ich bohr die direkt beim Early hier. Du pingst direkt den, äh, Lanker, bei Wusch machst du das? Ja, wir haben wieder einen Lane Switch. Boah, die Lane, hoffe ich nicht. Okay, schon wieder. Ja. Aber Malfeld ist nicht so überschlecht übrigens noch. Aber Lee Sin schon, Erk, oder nicht? Äh, Lee Sin? Ja, Lee Sin, was will der denn entfarmt, ne? Sein Q. Dann haucht der Q ab und zu mal ein. Oh, der Blitzkrieg ist echt echt. Oh, ich mach Red Buffer und dann komm ich direkt. Ich freeze einfach die Lane, also das ist echt besser, weil ich kann eh nicht so schnell pushen am Anfang. Jo, ich queue den einfach nur. Ich bin Qtiepie. Hast du die, Sandra? Ja, du kannst doch wieder vorbeikommen, ein bisschen fahren mit dem, äh, v. Das ist, glaub ich, als Eve ganz praktisch. Voll in seine Kuh reingelaufen. Sofort vor das Blatt. Ah, das ist schon schmerzhaft. Oh! Chaco, sollen wir dir, sollen wir entgegenkommen? Chaco war Mitte. Ich hab's gesehen. Ich versuch mich so ein bisschen vor, die Minions zu stellen. Ey, ich laufe mal in der Richtung, Chaco. Oh! Ist er über den, äh... Wenn der Held gleich irgendwo auftaucht, der ist tot. Hier! Ja, bei dir! Ach, da oben, scheiße! Ah, schade, kriegst du nicht. Oh, sehr schön! Oh, nice! Ich hab Ignite OP. Ich weiß gar nicht, warum der auf mich Go gemacht hat, ey. Ich bin schon mutig. Ah, war komisch. Ich hab's auch nicht verstanden. Ups. Vor allem, weil dieses andere nicht gemoved ist, ey. Naja, deswegen, ja. Aber Doublebox, Oriana, juhu. Ja, bitte, bitte. Sehr schön. Oh, ich komm gleich direkt mal top, ja? Sorry. Ja, da komm's. Komm, bei der nächsten großen Weltmöglichkeit. Ja, ne, weil, ich glaub, die Sinn ist ziemlich farmabhängig, oder? Alter. Also mehr als... Ja, 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 schade. Mehr als Macher auf jeden Fall. Der hat dann... Der hatte Midgame seine Stärke. Und wenn er Midgame den Farm hat, dann ist er gar nichts. Ich ult einfach den AD Carry, das war mein Job. Ich mach mal ein E auf dich, mache Ulti, das war mein Job. Ja, also ich glaub, wir könnten da besser rausgehen, das Scheit halten. So. Ich bin auf dem Weg, ne? Ich komm von der Lane einfach. Ja, ich komm, bei uns. Oh, Charco ist auch da. Oh, Charco ist auch da. Oh, Charco ist auch da. Okay. Bereit? Charco ist auch da. Nein, ihr kennt ihn nicht. Charco ist top, ne? Charco ist top, ne? Ne, der ist bei uns. Äh, what, sorry. Top, über uns. Top. Er ist über uns. Okay, der hat jetzt Q verbraucht, der wird jetzt nicht reingehen. Die Frage ist, wie lange wird er geduldig sein? Oh. Schön gemeint. Der wickst du dich? Ja, der wickst du dich. Ich krieg den aber. Oh, 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 oh. Evelynn ist einfach das schlimmste Champion, der es überhaupt gibt. Auf der ganzen Welt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich find, die wird auch sehr unterschätzt, ey. Also, gerade bei der Echt-Gang-Kanone Warp. Das ist eigentlich. Blocks spielt die. Charco kommt in unseren Jungle. Sogar heute im All-Star-Match steht. Das ist Early ziemlich vorbei. Da war ja ziemlich schnell vorbei, ne? Würde ich noch sagen. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, es stand zwar 3-0, aber dann haben sie jeden Typen so. Ja, gegen die Koreaner kannst du halt nicht viel machen, ey. Die sind einfach solche Tiere, ey. Ja, vor allem, sobald du einen Fehler machst, nutzen sie den sofort. Naja, also gehen wir ganz kurz zum River. Also, Dissandra Smith wird aber Back sein. Geh ich mal. Weiß nicht, ob sie jetzt von hinten kommt. Also, Evelyn ist natürlich schon relativ nah dran. Ja, die wird Back gewesen sein. Okay. Das ist wirklich ganz stark. Okay, vom Farm kann auf jeden Fall. Wir könnten versuchen, den zu diven. Also, ich könnte runterkommen und wir könnten versuchen, den zu diven, aber... Oh, das hätte ich ein bisschen fieser ausnutzen müssen. Scheiße. Ich würde es nicht unbedingt empfehlen. Ja, ich würde es nicht unbedingt empfehlen, aber... Ja, gut. Mir ist das ein Lappen, also... Wir können es versuchen, müssen wir auch nicht. Du hast halt noch keine Ulti. Ne, ich würde es ungerne wagen. Der ist auch mit den eigenen Minas. Ja, ich habe keine Ulti. Ich habe wenig Mana. Alles klar. Dann mache ich mich mal auf den Weg zu den Goalims. Komme gleich auch noch mal hoch. Ich back-lapse nicht so oft. Das ist echt mies. Wenn ich gebootst habe, komme ich mal hoch. Ha. Denied. Ich darf nicht fallen. Ich denke, Bot. Er kommt weg. Der Wart da oben hat sich extrem bezahlgemacht. Ich bin gerade ein bisschen nie geblockt. So, ich mache mich auf den Weg, Fabi. Bin gleich da. Alexander ist schon Level 6. Okay. Wart ist leider ausgelaufen, ne? Muss man ein bisschen... Nachgefühl. Ich glaube, jetzt wird er langsam aggressiv mit der Ulti. Auf jeden Fall. Ich glaube auch noch keine Ulti. Ich kann nur rein... Ich kann nur rein... Ja, wir kriegen die MF close. Der hat glaube ich keinen Flash, oder? Der hat keine Flash, keine Barrier. Der hat vorhin geflasht. Kein Flash, kein Barrier. Ich habe keinen Exhaust mehr. Mach dich bereit. Ich bin gleich da. Nein! Wir können jetzt gleich bei der Ignite noch drauf. Scheiße. Das ist das Ignite Team für den Win. Der hat eine Rörer bekommen. Das viel nicht vergesst. Okay. Ist okay, wenn ich hier die Erfahrung noch so ein bisschen mitnehme. Ist das? Ja, kriege ich. Schön. Ich frage mich, ob ich den mit einer Ulti töten kann. Das ist mal so schön, wenn man so einen Laner hat für Gangs vorbereitet. Nein! Der Killer. Killer Leona, for the win! Ja, siehst du, die kommen halt auch überhaupt nicht darauf klar. Dann kommst du halt einfach von der Lane gegangt und dann... Ich hätte auch durch den Rörer kommen können. Wards bringen, dann sowieso den Scheiß weg. War der bei mir im Wald, ey? Der lief Sinn? Ja, vorher. Okay. Ah, der lief Sinn? Der Shaco, meinst du? Im Wald? Ah, oder der Shaco. Äh, eigentlich war Shaco. Ah, okay. Ich war gerade ein bisschen verliert, aber... Ähm, mittel schon hier. Im Wald? Was hast du denn dazu? Der war nur... translated. Das ist... Wald. Ja, noch nicht. Ja, in Gebüchstern Wald. Dschungel, Dschungel. Ist doch ein Wald. Da, ich hab auch Ulti. Oh, die haben jetzt schon geswischt, gell? Ich hab keine Ulti, 46 Sekunden. Äh, wenn ihr da unten... Ich, äh... Ich komm von der Lane, ja. Äh, ich komm hier vom Rörer. In der Minute. Ich hab auch Ulti. In der Minute hab ich Ulti. Dann setzst du dann Wards. Ja, ich bin in zwei Tagen da. Oh, oh. Ja. Komm. Oh, schade. Oh, shit. Oh, Gott. Oh, ich sterbe. Oh, fuck. Hast du kein Ulti? Oh, jetzt hast du Ulti. Ja, jetzt hast du Ulti. Komm schon. Komm. Oh. Okay, schade. Mitte ist immer noch Mist, Leute. Ja, ich hab nicht drauf geachtet. Ich dachte, du hättest vielleicht schon Ulti-Ray. Äh, hab ich nicht drauf geachtet. Ich glaub, wir waren natürlich auch ein bisschen ungünstig, da der Willspring da genau kam, ey. In drei Sekunden können wir den töten. Und die Sandra ist wieder Mitte. Die hat aber, glaub ich, geflasht, oder? Komm, komm. Oder ist die nur weggelaufen? Scheiße. Alter. Und Minions blocken mich. Oh, ich sterbe. Oh, shit. Shaco, ist der auf AP, oder? Eieieiei, der Shaco direkt wieder in uns drin gestanden. Oh, shit. Aber es war schon komisch, wie er sich verhalten hat, der Blitzcrank. Ich mach mich mal aufm Weg nach unten stehen. Komm, kittst du wieder jemanden? Nee. Kein Mana. Scheiße, es tut mir leid, ich hab die Ulti versammelt. Ist die Sandra? Ich hab jetzt noch ein Pinkguard dabei. Zwecks Shaco-Risierung. Ich komm mal runter, äh, ich komm mal Mitte. Ich komm mal Mitte. Okay. Mal bereit. Ich hab auch schon Spirit of the L-Alessard. Ich hab Ulti auf jeden Fall. Sie hat auch noch ihre Ulti ab. Also sie ist fast in den... Okay. Die Dinger hier oben machen. Kommst du mit? Na, ich komm. Oh, was? Oh, ne. Da ist sie. Meine Ulti kommt. So, ich geh mal wieder auf die Lane. Oh, jetzt. Ah, ich bin ein Farmgott. Oh. Er hat immer noch ihre Ulti. Ach du Scheiße. Hat nicht genug Mana für eine komplette Migration. Schön gemacht. Oh, 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 oh. Ui. Pass auf, der Schack. War doch knapper, als ich es erwartet habe. Aber, klar. Im Endeffekt war es ja... Die haben hier einen Ward, wenn du das jetzt meinst. Na, okay. Was will ihr denn als Top-Turl? Pass auf. Ich komm weg. Ne, irgendwas. Blup. Ich will den Top-Turl. Also, klar. Bisschen unsichtbar. Na, nach einer Zeit würde ich dann missen. Ich bin noch unsicher, ob wir traden können. Keine Ahnung. Komm mal hoch. Fabi. Okay. Ja. Ich bin immer dabei. Einfach cool. Okay, aber ich hätte jetzt genug Mana für eine komplette Kombo. Ich würde die gerne noch ein bisschen näher zu uns kommen lassen. Aber hebt ihr mal alles auf, Fabi. Ich bin gleich da. Ich hab auch Ulti. Dann ist die auch cool, wenn du noch ein paar Qs davor tritt. Ist das immer noch miss? Ja. Ich geh jetzt gleich. Wobei sie auch das Schwert hat. Also hier die Pseudo-Blade. Bitte wieder da. Ne, ich fühl mich halt so unsicher. Ich würde erst warten, bis Charco sich vielleicht irgendwo zeigt. Boah. Shit. Ja, das war scheiße. Hat mich voll getrollt, dass der an Creeps rangejumpt ist, ey. Hab ich eigentlich wissen müssen. Oh. Hoho. Die Sandra kommt. 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 Unten? Boah, der zieht mich weg. Alter, macht der die Sitchman. Ach, shit. Ey, lass, 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 lass. Oh Gott. Oh. Ich hab keine Ulti. Boah, das war scheiße. Boah. Scheiße. Da wo du gesagt hast, lass, 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 da war es schon zu spät. Na, ich spät glaube ich vorher geht es auch noch. Na, das haben die gut gemacht. Fuck. Okay, das war dumm. Ich habe jetzt die Ulti wieder nicht getroffen, weil ich nicht sie gestunt habe, sondern den fetten. Und jetzt dachte ich, dass sie vielleicht noch Tower Agro bekommt, aber ich glaube, die hat mich eh gedivet. Zumindest hätte ich mich gedivet. Ja. Gut Job, Panda. Vielleicht sollten wir wieder switchen. Äh, warum? Weil du überlebt hast. Was meinst du, wie wir switchen? Na, wegen uns. Die uns gerade echt ein bisschen kaputt machen. Aber. Du hast jetzt so wieder deine Ulti bereit, ist ganz nice. Hätte ich Ulti gehabt, hätten wir sogar noch fighten können. Aber. Ich hatte Ulti. Na, wenn ich Gold hätte, wäre vielleicht Blitzcrank noch. Na, ich meine... Doch, aber es kommt nicht. Die Ulti ist schon voll, die ist. Los, ab. Ja, okay. Mein ist gerade ausgelaufen. Ja. Aber mit Uri habe ich immer meine Probleme. Ich müsste mir mal eine... Die macht ja auch. Das ist ja auch kein Wunder. Die macht ja auch eine Aus-Dämmung ohne Ende. Mhm. Ob wenn das noch Mist. Das Teleporter? Für uns haben es kommt mal eine Ulti. Der ist die ganze Zeit bei mir im Wald, ey. Penis. Ja, der wollte wahrscheinlich einen Bruce ziehen, aber... Red ist aber schnell in der Neue. Und Gott sei Dank zu spät. Ich habe in 10 Sekunden Ulti. Ich komme mal nach Red, äh, Mitte. Wie ist denn das mit Teleport? Ist ganz egal. Und das Ulti ist auch ab. Ich kümmere die in so einen kleinen Fight. Achso, der hat ihn jetzt gecleared. Scheiße. Sag mir bitte. Sag mir bitte. Da ist die Lissandra. Und Shaco ist auch noch da wo. Die sagen, der das sonst gecleared haben. Ja, ne. Ich würde jetzt einfach nur gucken, ob der jetzt noch aggressiver wird. Schauen. Aware. Ich bin auch noch Mitte, ne. Wenn du da irgendwas machen willst. Ich weiß nicht. Das Bot-Lane ist ein pink Wort hier. Falls... Oh, okay. Lissandra. Lissandra können wir abfangen, oder? Lissandra kommt runter. Oh, ne, okay. Sie traut sich nicht. Kommen wir drauf? Ja, kommen wir drauf. Vorsicht, Shaco ist auch in der Nähe. Der kann Flash. Der ist kein Flash. Ach, komm mal. Der hat zu mir einen Fight. Komm zu dir. Kommt Bot rein. Ja, Shaco, okay. Shaco ist hinter dir. Pass auf. Ne, Flash lieber weg. Ich bin auch noch da. Mh. Okay, können wir die einkreisen? Wer ist das möglich? Ja. Kein Ulti mehr. Oh. Nicht schlecht gemacht vom Shaco. Der ist schon zwei Ulti. Den bekommt er, oder? Ne, der ist hier, der ist hier. Der Dicke. Ah, das war so klar. Immer wachsam. Jetzt hopp dann, okay. Nice. Ich weiß, ich konnte meine Ulti. Oh. Top lane, top lane, top lane. Ich könnte mich, warte. Okay. Pop mich hoch. Ja. Dann lass schnell den Dragon machen. Ich geh aber weg. Ich dürfte behelfen. So. Ach so. Ja. Nicht gesehen, sorry. Komm gleich. Ja, ja. Mach der jetzt. Gut. Der Team Piles sollten wir... Da ist ein Ort. Hier. Oh, danke. Ich hab's dir so irgendwie verpeilt. Ja, bitte, bitte. Ja, bis jetzt. Der Team Piles sollten wir nicht aufräumen. Ah, sag ich ja. Wir haben echt ziemlich geilen Engage eigentlich. Eigentlich jeder von uns kann ziemlich den Engage. Was? Wir haben den Engage. Ja. 21 Sekunden Ulti. Oh, 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 oh. Was kommt bitte? Bei mir ist er auch Ulti-Ready. Oh, shit. Ich hab nur ein bisschen Mana von mir, aber... Der Lee Sin drückt Schaden wie den Boss. Ja, richtig. Ihn Q? Haben wir es gehen. 5 Sekunden. Mit-Hip Smith. Kriegt wahrscheinlich Blue. Mhm, Blue. Okay, das ohne Grund coded er sich ein. Das Lee Sin. Pass auf, der drückt Damage. Sehr Damage. Wie viel Damage? Ah, ich hab mir extra Seekers geholt dafür. Nice. Sehr schön gemacht. 10 Sekunden hab ich auch wieder Ulti. Wenn du gleich in die Mitte kommst. Lumpig. Ich warte jetzt nicht in die Mitte, Herr. Wenn wir so in den Tower töten. Achtung, 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 Achtung. Oh, oh, oh. Gleich bei dir. Oh. Oh, shit. Okay. Alles abgekriegt, ey. Leckt mich am Marsch, ey. Nicht zu tief rein. Oh, shit. Ah, du hast deine Ulti schon raus, ne? Ja, ich hab den Lee Sin. Power. Oh. Oh. Oh, ich hab mich getroffen. Nein. Oh, mein. Oh, mein. Alter, ich bin da nicht zu tief hinterher, oder? Leider nicht. Fisch dir den noch? Oh, mein. I slashed, ey. Nicht schlecht gemacht. Ja. Exhaust is ready. Oh, ich, ich dachte, er ist jetzt hier drin hier. Ups. Er ist heim Busch. Ist der falsche? Ja. Oh, mein. Oh. Chaco ist einfach nur übel nervig, ey. Das ist doch Wahnsinn. Hier ist er. Ah, ich hab kein Mana. Oh nein. Super. Schade. Schade. Das war echt. Scheiße. Eng. Ach, ich hab kein Mana. Ach, ich hab die vier dann aufgecheckt. Ich kann die Botlin nicht halten, na. Ja, jetzt werde ich top in die Sin. Ja, ja. Sein der Dings. Ah, Botsch. Push mal top durch. Ach schon. Och, okay. Hätt ich Mana für den Crews, wär ich dann schon vorbei. Multi-Exhaust bereit. 2 Porten, die er wieder am Kosmos. So, die Sin kommt top. Ja, das Problem ist, der macht mich echt schon ein bisschen. Die Botlin kommt in die Mitte. Ah, scheiße. Sehr wahrscheinlich. Ja. Botlin ist in der Mitte. Ich werde euch beschützen. Ich bin teleport. Du was ab? Push in Mitte. Ja, wir müssen Mitte dürfen. Ich hab keine Ulti. 30 Sekunden Ulti. Ja, ich komm dazu. Kann man auch von unten. Nein, ich glaub jetzt kommen. Nee, ich glaub das ist okay. Kann man jetzt. Oder? Wenn die jetzt noch ein bisschen unvorsichtiger sind. Aber es ist... Nee, Ezra hat bei dir gewartet. Okay. Sollen wir die holen? Ja. Ein Timer für den Drake? Nicht, dass es meine Aufgabe ist. 21 zu eins. Oh shit, das wars. 21 zu eins. Oh oh. Äh, geh lieber in Höfen. Oh, es ist kalt. Es ist kalt. Es ist kalt. Counter engage. Es ist kalt. Okay, das wars. Scheiße. Der Grab war gut. Ich wurde noch warnen. Aber der hat wahrscheinlich genau... Er hat wahrscheinlich selbst dort gewartet. Fuck. Red Buff ist ab. Ich bin mit Zahra. Hm. Lass da... Minute... Minute 20 oder... Halb irgendwie... Personen die zu killen. Oder 20. Ich hab nochmal Telefon. 21, Dragan. Oh, die ist aber low. Oh, die ist aber low. Genau 21. Oder noch irgendeine Sekunde oder so. Richtig die? Da oben ist sie. Schade. Da hat's jeder nicht gereicht. Nein! Die Sin Jump. Ja, der Blitzer Sin. Der Schlingel hat gewartet. Oh nein! Mein Gott. Die Alte hat überlebt. Oh, die Scheiße. Ah, das war auch schwer. Ich werde dir nicht helfen, okay. In KW. Ja, ja. Lass mich sterben. Mepha kommt. Oh, Mepha ist. Cool. Dann werde ich jetzt helfen. Oh fuck. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Oh, ich hab mir Ignite. Ich bin tot. Nice. Der Schako, der Schako. Er kam von hinten und hat mir Ignite gegeben. Weiß nicht, wie wir da drüber gehen sollten. Auf den ersten Tagen hat er was kaputt gemacht. Dieser Schaden. Der Schako macht übelst'n Schaden. Ja, Leona. Ich hab hier Ulti am Start. Noch drei Sekunden, dann geh ich volle Wucht rein. Ich hab auch Ulti. Ich hab auch Ulti. Aber... Mir kann's egal sein. Ich bin die Ulti. Ja, ist der Wurscht. Oh, die Ulti ist so vor Power, ey. Und vor allen Dingen mit deinem Feuerumhang. Das ist so geil. Du löst die ganze Zeit die Grütze aus. Das ist super. Super, super, super ist das. Ziemlich viel... Oh, oh, oh. Oh, man. Ein Hit. So, wartet mal. Ich lauf's mal. Ich geh mal Richtung Baron, also Vorsicht. Überziehen. Kommst du da weg? Ja. Oh. Ja. Oh. Oh, nice. Wir kommen dir entgegen. Schön. Oh, man. Ich war... Ich war etwas überrascht. Wenn du den irgendwie slowen kannst. Weiß nicht, ob Evelynn das kann. Aber wahrscheinlich nicht. Ja, Ulti höchstens. Aber ich hab keinen Ulti ready. Oh. Da, Mann. Hier. Da. Warte mal, sorry. Der hat Siegling nicht umgehen. Oh. Nee, nee, nee. Lass mal, lass mal, lass mal. Lass, 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 lass. Komm, der Ulti, der Ulti. Ja, dann go. Oh, das musst du vorher richtig ansagen. Ja, Entschuldigung. Oh, nicht schlechter Griff, ey. Ja, Hup war krass. Schön gemacht, Morph hat schön gemacht. Flash war fail, ey. So, Blitz ist noch da oben. Also, ich könnte den noch erwischen, wenn ihr wollt. Pass auf, pass auf. Leona, Leona, Leona. Ja, ja. Ich bin auf dem Weg. Soll man Drake machen? Auf den Weg, am Sterben. Lass mal hier. Ich hab ein bisschen Angst vor Shark. Oh. Da rückt mir so viel Shard rein. Das ist... Jaco ist tot, oder? Ja. Jaco ist dein. Ah, ich hab dich sowieso, Junge. Ich versuche hier einen Post Decks. Oh, schöne Ulti. Das ist nicht der echte. Der echte ist wieder im Kosmos. Komm, 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 komm. Ah, fuck. Alessandra, Alessandra, Alessandra. Schakos. Das sollte Drake machen. Ja. Ich hab noch ein bisschen Red Buff. Los, los, los. Ja, Top ist auch gefeucht. Wir müssen was weißen. Okay, schön nochmal. The owner is incoming. Ja, Drake. Ich hab aber nicht mehr viel, ne? Also, ich hab nur Smite. Ja, hatte ich keine Techniken. Schakos war hier in unserem Jummel. Schakos. Hier ist noch ein Problem. Das ist ein Problem. Okay. Lesser. Ah, der Schmite. Ja. Sand, Sandfeier. Oh, nicht schlecht. Sandfeier, okay. Ja, versucht das Tier in Smite. Oh, da ist irgendein Mikrofon. MF. Oh, ist das grad übelst laut, eins? MF, Kamera hilft. Jetzt geht es. Oh, 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 oh. Oh, jetzt raus. Ach, sieh gut. Ja, Schildplätzen. Jetzt rausst dein Mikrofon. Ja. Ist es wieder weg? Nein. Oh, scheiße. Lauf, aber lauf, 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 lauf. Wir töten jetzt alles. Oh, das ist geräusch. Das Geräusch. Oh, es tut mir leid, oder? Das bin wirklich ich. Ja. Geht's weg? Jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg. Oh, scheiße. Ich kann dir Schild ulti geben. Ich hab kein Mana. Ich hab ein Ulti, aber kein Mana. Och, Mann, oh. Ich muss jetzt nochmal fragen, ist es noch da? Ähm, ganz leicht. Ganz leicht, ja. Scheiße, ey. Aber das hört man eigentlich kaum. Oh! Ah! Was? Wir singen wieder. Ah, dieses Slingleiter-Team, ey. Jetzt lass doch mal weggehen, ey. Ich hab da jetzt keinen Bock mehr drauf. Na, ist alles okay, Maxim. Okay, gut. Wir müssen das schnell beenden, das Mikro. Ist nervös. Haha. Es ist ruhig. Ja, das Game geht schon über 20 Minuten, da wird das Mikro mehr nervös. Äh. Ja, wie? Das ist irgendwie... Ich glaube, das ist das Kabel. Ja, ich nehme mir... Meiner ist jetzt eh weg, so gerade. Klappst du alleine auch? Ja, ja, klar. Das ist... Oh, riesig. Na gut. Dann gehe ich mal mit. Aber danke trotzdem. Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Oh. Hast du noch Red, Aime? Willst du Red haben? Äh, ja. Nehm ich. Gerne. Komm schon mal langsam hin. Verlangen die Raves. Die Raves. Warteln, warteln, warteeln. Ich muss hier alles warten. Okay. Ich würde sagen, wir töten ja jemanden in der Mitte. Oh, 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 oh. IPor dos. Oh, mitte. Die Dicke, oder? Die Shaco ?! Boah, shijit. Ei, der Ulti-Combos, echt. Wundermals. Kannst du ja echt überhaupt nichts machen. Shaco, Shaco. die rache des mikros ist ein bisschen los wir müssen schnell beenden ihr wisst alles klar ja im notfall mutig halt im test dann hört man auf das ist aber auch eine gute idee mein störgeräusche trotzdem noch da wieso hast du dich selber oder was hinter das auch auf ach so fripps hört hat okay das ist eigentlich mal hier pushen elisabeth jetzt ein bisschen sehr schön sehr schön richtig schön wieder schön weggenommen richtig den ich hab alles was hat mich getötet ich sag mal wie wo wurde ich jetzt wieder durch den night getötet ja das ist das dritte oder vierte vierte mal in dem spiel dieses kacke night ja weil die vier stücke haben ist halt mega kacke ich finde wir sollten den dragon vorziehen der mikro kommt wieder in ganz langsamen schritt wirklich das ist geht es auch gehört jetzt besser hört ihr mich überhaupt noch ja 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 das ist immer nur hintergrund ein bisschen aber es kommt immer lauter langsam gleich rastet es aus scheiße gleich rastet es aus genau lasst gleich mal rombo kombo wer ich auch mal für ich hab einen 5 ulti jetzt hab ich sie also ihr müsst sagen wenn es zu eklig ist dann wackele ich noch im moment geht es noch also ich denke mal die ingame sounds und ja okay das ist jetzt nicht so rombo kombo das war ein bisschen dumm von mir gerade ja okay das mal zurück jetzt langsam ist einfach es weiß egal ich habe trotzdem vorschlagen wir bleiben wir sind extrem gut ausgerüstet bis tortschern ist top wir können hier die pushen aber von allen seiten egal egal wir müssen einfach durch wir pushen aber schneller fertig ja durch ich weiß nicht wenn die nur zu dritt sind ist das auch irgendwie kackt langweilig naja ooooh ich schalte die wand an ey wie schnell waren die denn match ey ach die kacke wir können einfach mit der giften gehen wir können mal finishen oh eh nö ah danke für den schild ja bitte bitte nein ich wollte nicht zu die breite doch meine schenke doch so ist irgendwer ich sag's euch irgendwie so leiter gut das war's ich habe mir den schick gegeben execute ich habe die sterben lassen soja wir können ja ich glaube das schaffen wir ja wir finischen doch ja schön der blitzkrieg kommt der blitzkrieg kommt ja der blitzkrieg kommt ja der blitzkrieg kommt ja wie gesagt ich kann es euch nur empfehlen ihr müsst mit x split aufnehmen ich habe es jetzt auch geschafft denn die statistik ist ganz nice ich sag's gerne wieder und damit geht also was ja natürlich ist viel geiler und und webcam drin und alles ja ja